Hallo liebe Zuschauer, der Moritz hier aus Berlin von der IFA 2013 und neben mir später Damian von Sony. Wir schauen uns das neue Sony Android Smartphone Flaggschiff an. Letztes Jahr gab es auf der CES das Xperia Z zu sehen, was sich auch sehr gut verkauft hat, nehme ich an. Zumindest in meiner Wahrnehmung war das eines der beliebtesten Android Smartphones berechtigter Weise, weil super Haptik, super Aussehen, tolle Features. Und jetzt legt ihr mit dem Z1 nochmal nach. Kannst du uns ein bisschen erklären, was ist jetzt anders am Z1 im Gegensatz zum Vorgänger Z und was hat das Gerät so auf dem Kasten? Ja, also wir haben hier das Z1 vorgestellt, das zweite quasi in der Xperia Familie. Wir haben jetzt mit dem Z quasi den Nachfolger eingeläutet und was wir jetzt im Vergleich zum Z nochmal verbessert haben. Wir haben jetzt einen Aluminiumrahmen hier gewählt, damit sich das Gerät noch wertiger und noch besser anfühlt und natürlich auch widerstandsfähiger ist, weil, da sind wir ja ehrlich, man benutzt dieses Gerät sehr, sehr stark im Alltag. Ist auch komplett wasserdicht, ne? Genau. Es ist komplett wasserdicht nach IP55 und IP58. Das heißt, ich kann jetzt damit auf 1,50 Meter Wassertiefe für 30 Minuten gehen und ich habe auch weiterhin vorne und auf der Rückseite Mineralglas mit einer entsprechenden Bruchschutzfolie, damit ich mich bei Glaspunkt dann nicht schneiden kann. Was steckt drin an Hardware? Prozessor, Display? Genau. Wir haben hier einen Snapdragon 800, der neuesten Generation. Wir können damit mit 150 Megabit im Internet surfen. Wir können alle Spiele performant ausführen. Wir haben einen 5-Zoll Full-HD-Triluminus-Display. Die Technologie kommt direkt aus unserer Fernsehsparte. Das heißt, wir haben einen erweiterten Farbraum und können Bilder in richtig, richtig toller Qualität genießen. Cool. Und wo du von Bildern sprichst, die Kamera soll ja auch irgendwie jetzt so das Sahnestück sein an der meisten Teil. Vielen Dank für die Vorlage. Also, wir haben hier bei der Kamera eine 20,7 Megapixel G-Lens mit verbaut. Die hat einen Exmo-A-Sensor oder Exmo-AS-Sensor und einen Bions Bildprozessor. Das heißt, in dieser Dreierkombination haben wir die besten Komponenten, die unser Smartphone sich wünschen kann. Eine Sache fand ich noch sehr interessant auf der Pressekonferenz. Ich kam mit dem Ding auch live streamen mit dem Handy. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Genau. Wir haben vier Smart- und Social-Apps oder Applikationen vorgestellt. Zum einen Social Live. Damit kann ich für zehn Minuten live auf Facebook streamen und meinen Freunden und meiner Familie quasi mitteilen, was ich gerade erlebe. Sie können zurück kommentieren, sie können zurück liken und mich quasi begleiten bei dem, was ich gerade schon erlebe. Dann habe ich InfoEye. Damit kann ich Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel in fremden Städten, direkt während ich es draufhalte, abfotografieren und mich darüber informieren, was da jetzt vor mir steht. Oder zum Beispiel bei einer schönen Flasche Wein, wenn ich gerade einkaufe, mir Tipps holen, was ich denn jetzt für ein Menü dazu koche. Des Weiteren haben wir Augmented Reality für jede Party, für Kindergeburtstag. Das sind so ein paar Fotospielereien. Genau, Fotospielereien, damit man richtig Spaß hat auf der Geburtstagsparty. Und last but not least haben wir Timeshift Burst. Damit machen wir in zwei Sekunden 61 Bilder. Serienaufnahmen, so lassen wir das richtige Bild aussuchen. Genau, damit ich das richtige Bild dann in meinem Daumenkino mir aussuchen kann. Cool. Knackpunkt an der Sache noch, was hat es Kosten? 6,49 ist der UVP. Und erhältlich ab? Im September noch. Alles klar. Danke dir. Danke dir.